Auf der Playstation hatte FIFABIO für Fürth gut losgelegt und mit einem knappen 1-0-Sieg gegen Juice auf Seiten von WM Wiesbaden die ersten drei Punkte eingefahren. Auf der Xbox kam es dann zum Duell zwischen Bremo und Impact. Halbzeit 1 torlos, das sollte sich in Hälfte 2 jedoch ändern. Impact mit Fürth in grün von links nach rechts mit der Führung in Minute 65. Rgota mit dem 1-0. Und kurz vor Schluss, wir sind schon in der Nachspielzeit, machte Impact in Person von Daniel Keita-Ruel den Deckel drauf. Klasse Freistoßvariante, 2-0 der Endstand auf der Xbox und die nächsten drei Zähler für die Kleeblätter. Im 2 gegen 2 kam Wiesbaden-Profispieler Sascha Mockenhaupt alias Mocki zu seinem zweiten Einsatz an der Konsole. Er sollte es zusammen mit Bono gegen FIFABIO und Impact auf Fürtherseite richten. Fürth jetzt in den weißen Trikots von rechts nach links und der erste Treffer fiel erst kurz vor der Pause. 1-0 für die Franken in Minute 40 durch Keita-Ruel. Und die Kleeblätter legten fünf Minuten später direkt nach. 45. Minute und es stand 2-0. Das auch zugleich der Pausenstand. Und auch in Halbzeit 2 immer wieder Gräuter Fürth. Die Franken mittendrin im Kampf um die Meisterschaft untermauerten ihre Titelambitionen eindrucksvoll. 70. Spielminute und jetzt war die Sache eigentlich schon klar. 3-0 für den Favoriten. Der Sieg quasi nur noch Formsache. Aber FIFABIO und Impact hatten noch nicht genug vom Tore schießen. Nur acht Minuten später Hacke-Spitze 1-2-3, Weltklasse-Drag-Back und das 4-0 für die Kleeblätter. Wiesbaden zwar nicht mehr Schlusslicht in der Tabelle, aber gegen das Spitzenteam aus Fürth ohne Chance. Das 5-0 in Minute 83 der Schlusspunkt einer doch sehr einseitigen Partie. Fürth schlägt Wiesbaden am 20. Spieltag eindrucksvoll, entscheidet alle drei Partien für sich. Und das sogar ohne ein einziges Gegentor. Neun Punkte für die Kleeblätter. Ein echtes Ausrufezeichen im Kampf um die Meisterschaft.